In der Filterblase des eigenen Milieus. Hier liegen die wichtigsten Ursachen, für denen sich Auflösen, Zusammenhalt und die zunehmende Feindseligkeit. Menschen aus unterschiedlichen Milieus haben sich immer weniger zu sagen, weil sie in verschiedenen Welten leben. Wenn gut, die tuite Großstadtakademiker den weniger Begünstigen im realen Leben überhaupt noch begegnen. Dann in Gestalt preiswerter Servicekräfte, die ihre Wohnungen putzen, ihre Pakete schleppen oder ihnen die Restaurants das Sushi servieren. Filterblasen gibt es nicht nur in den sozialen Medien. Viele Jahrzehnte Wirtschaftsliberismus, Sozialabbau und Globalisierung haben die westlichen Gesellschaften so gespalten, dass das reale Leben vieler Menschen sich mittlerweile nur noch in der Filterblase des eigenen Milieus bewegt. Unsere angeblich offene Gesellschaft ist von Mauern durchzogen. Sozialen Mauern, die kinderärmerer Familien den Zugang zu Bildung, Aufstieg und Wohlstand viel schwerer machen als in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und Mauern der Gefühlskälte, die jene, die gar kein anderes Leben kennen, als das im Überfluss von den Abschirmen, die glücklich wären, wenn sie einmal ohne Existenzangst leben können. Abbau von Spaltung und Angst. Da das Leben sehr viel unsicherer geworden ist und die Zukunft unberechenbarer, sind in den politischen Auseinandersetzungen heute viel mehr Ängste im Spiel. Und wie Angst das Diskussionsklima verhärten kann, hat der Streit über die richtige Corona-Politik gezeigt. Dessen besondere Aggressivität hatte natürlich damit zu tun, dass es sich bei Corona um eine Krankheit handelt, die bei vielen Hochbetragten und in bestimmten Fällen auch bei Jüngeren zum Tode führen kann. Umgekehrt haben die langen Lockdowns zur Folge, dass viele um ihr soziales Überleben, um ihren Arbeitsplatz oder um die Zukunft ihres Lebenswerks fürchten müssen. Menschen, die Angst haben, werden intolerant. Wer sich bedroht fühlt, will nicht diskutieren. Wir sollten einen 43-jährigen Präsidenten haben, nicht jemand 43 Jahre alt, der gesagt hat, dass black Menschen nicht mit meinen Kindern sein sollten. Das ist nicht, was er gesagt hat. Das ist verrückt, das ist das, was er gesagt hat. Das ist die gesamte Justifikation. Wie ich gesagt habe, ich bin ein Voter für Biden, ich bin nicht so, was ich sage, aber ich sage, dass ich nur sagen, dass ich am Ende... Wenn nur die perfekte Menschen gehen sollte, dann wird niemand für Präsident. Ich agree, aber nicht, oh mein Gott, er ist tweeting. Es ist wie, was ist ein Voter-Voter-Voter-Voter-Voter? Das ist verständlich. Umso gefährlicher wird es, wenn Politiker entdecken, dass man mit dem Schüren von Ängsten Politik machen kann. Und auch das ist keine Wix der politischen Rechten vorbehalten. Verantwortungsvolle Politik sollte genau das Gegenteil tun. Sie sollte sich um den Abbau von Spaltung und Zukunftsängsten kümmern und um mehr Sicherheit und Schutz. Sie müssen Veränderungen einleiten, die den Zerfall unserer gesellschaftlichen Zusammenhalts stoppen und unseren drohenden wirtschaftlichen Abstieg verhindern. Eine ökonomische Ordnung, in der die Mehrheit von der Zukunft eher Verschlechterungen erwartet, ist keine zukunftszaugliche Ordnung. Eine Demokratie, in der ein beachtlicher Teil der Bevölkerung keine Stimme und Vertretung hat, trägt diesen Namen zu Unrecht. Wir können anders produzieren, innovativer, lokaler und naturverträglicher und wir können die Ergebnisse besser und leistungsgerechter verteilen. Wir können unser Gemeinwesen demokratisch gestalten, statt die Entscheidungen über unser Leben und unsere wirtschaftliche Entwicklung Interessengruppen zu überlassen, denen es nur um den eigenen Profit geht. Wir können zu einem guten, solidarischen Miteinander zurückfinden. Das letztlich allen nützt. Denen, die in den letzten Jahren verloren haben und sich heute von der Zukunft fürchten, aber auch denen, denen es gut geht, die aber nicht in einem gespaltenen Land leben möchten. Das irgendwann da enden könnte, wo die Vereinigten Staaten heute stehen. Halt, Stopp! Jetzt reicht es! Hallo, 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 nein, nein, jetzt rede ich! Und dann komme ich auch zu dem Thema, warum mir das Buch so gefällt. Es geht nicht um Spaltung und wir haben Recht und die nicht. Und im Falle, wie wir es bei Erwin gesehen haben, grüßen wir gerne an die Erwin-Captains. Der kleine Erwin ist der Meinung, alle sind lost und Kaspar ist noch rechter als rechts, weil er doppelt rechts ist. Und kann nicht mehr als Iwi eigentlich rechts sein. Weiter geht gar nicht. Laut Erwin. Solche Menschen spalten. Und unabhängig davon, welche Reichweite sie haben, spalten sie sich auch selbst gegenüber allen anderen, die eine andere Meinung haben. Und da fängt es an, wo es halt spannend wird. Nur weil jemand nicht unbedingt meiner Meinung ist, ist er ja deswegen kein schlechterer Mensch. Und das gilt in beide Richtungen. Zunächst erstmal dahin. Und ich denke, dass wir viele Ängste in Deutschland haben und diese Ängste dominieren auch die Debattenkultur. Es werden Emotionen beworfen, es wird mit Diffamierung gearbeitet. Die Leute werfen nur um sich, sie streiten, sie diskutieren nicht mehr. Es geht nicht um Inhalte, sondern um Emotionen. Und das wird halt natürlich immer mehr so Fall. Weil den Leuten wird es in Deutschland immer schlechter gehen. Wir sehen, wie die Preise steigen. Wir sehen, dass es zu einer politischen Ausrichtung geht, wo es immer teurer wird, langfristig gesehen. Die Kette zwischen Armreich und Mittelschicht wird halt auch immer länger. Ja. Und beginnt es zu zerreißen. Und wir werden im Laufe der Zeit durchaus immer schlimmer sehen, wie die Gesellschaft sich spalten wird. Ich werde euch nicht, ich werde euch nicht canceln, ich werde euch nicht angreifen, ich werde euch keine Namen zuschieben, ich werde nicht sagen, einfach so bei jedem Moment, wo es darum geht, so, ihr seid einfach rechtsextrem, mit euch sollte man nicht reden. Oder ihr seid rechtsradikal, mit euch sollte man nicht reden. Oder ihr seid Nazis, mit euch sollte man nicht reden. Habe ich nie gesagt, habe ich gesagt, so, okay, das werde ich nicht machen, ich werde jetzt wirklich mit euch reden. Fehler, mit euch sollte man nicht reden, ihr seid einfach bösartig und ihr habt einfach nur Böses vor. Ihr habt keine Lust, mit Menschen zu reden. Ihr habt keine Lust, irgendwas dazu zu lernen, euch zu einigen oder irgendwas, okay?